Jo- Jo- Hi, Willkommen, mein Name ist AniruLp Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade, warum ich hier neuem Menü überteilt hatte. In der letzten Folge haben wir Level ... äh ... vorletzt angefangen. Und ja, wir haben hier mit so ein paar älteren Damen die ganze Zeit geredet um irgendwelche Informationen über Hexen heraus zu kommen, und wir reden jetzt mit der ... dritten Dame. Hi there. Hi there. Cool, someone's seen. Cool, someone's seen. Oh, no way am I sitting through this. Oh, no way am I sitting through this. Good night. Beware. The phantom soldiers march alone. Huh? Huh? Warum? Hey, komm her. Naja, nix du nur, weil du jetzt in dem Hintergrund fürchtest, dass du mir entkommen kannst, oder was? Warum kommt mir auf einmal so viele Viecher hei? Das Spiel verarscht mich. Na gut. Und zack. Oh, achso. Na, ich muss nach unten, dann gehe ich nach rechts. Ja, nach rechts gehen. Ähm, ja. Bekomme ich die ganze Zeit in diesem Hintergrund, ey. Die ganze Zeit ist immer irgendwas im Hintergrund. Äh. 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 Sehr gut. Gib mir Geld. Ich brauch noch ein bisschen Geld. Geh der mal weg, ey! Pfff. What is this? Oh, was? Au, au, was? Ihr brennt Feature, ey. Ey. Sonnig, ey. Ah ja, warte mal. Das muss auch. So, okay. Uuuh. 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 Wiss aber nicht wegen euch hier reinfliegen, ne? Okay, das tut mich halt nicht höchstisch. Alter, lass mich doch mal ein Ruh. Von wo kommen die? Oh, mein Gott. Ey, lass mich doch mal in Ruhe. Ich komme hier mal rausgehen. Jetzt geht mir doch mal aus dem Weg, ey. Alter, lass mich in Ruhe. Oh, mein Gott, ey. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Man kann es aber ein bisschen übertreiben, manchmal. Boah, lass mich heilen. Boah. Ne, geh jetzt weg und stoß mich jetzt nicht wieder da. Nein. Alter. Stopp. Nein. Boah. Ja, warum die Viecher, ey? Warum? Warum müssen die Viecher unbedingt sein? Boah, geh weg. Ey, jetzt habe ich das beinahe nicht geschockt. Nein. Nein, geht weg. Woher schuft mich wieder da rein? Was sagt der Wiener? Boah, per damit. Wo bin ich? Truhe. Geil. Boah, meine Güte. Was ist hier unten? Gar nichts. Okay. Das bin ich gerade auf dem Geländer auch gewesen. Keine Ahnung. Ach, glaube ich, da gewesen. Aber wie komme ich jetzt da hinten hin? Am Anfang war ich auch noch voll viel. Ich glaube, ich muss ja noch mal reingehen. Ich habe auch sechs Truhen oder so. Ich habe die Hälfte. Ist auch schon mal gut. Was? Ich kann hier nicht gucken. Oh, da ist wieder was sehr schönes, wo ich voll in mir reinfliege. Hey. Schöne, warte. Doch, klar. Ich habe irgendwo einen gesammelt. Äh. Ach ja, das Geräusch, das war ein Goldfisch, glaube ich. Boah, ich wollte schon sagen, kann doch nicht ein Datenpack oder so was sein. Dann kommt ja so eine Animation. Ich glaube, ich habe ein Goldfisch oder so was. Oh, ich habe einen Skiff. Wo ist ein Skiff? Her damit. Miniz Skiff. Ich habe mich irgendwo gehört, wo ist er? Ja, ich höre dich. Wo bist du? Ein Coming for Jahr. Wo? Oh, nee. Ich habe so ein Schild gekloppt bekommen. Was? Wie von dem? Dieser Zerding ist ein. Man hat auch nur irgendwie, wenn es Bock hat, ne? Hey. Was? Wo ist er? Was? Das ist weg. Nee, da ist er. Ich weiß nicht. Oh, eine Gefangenenanzel. Boah, wat? Das war geil. Das war Geschenkte. Noch eine dahinter. Sehr gut. Wo ist er? Ich habe die ganze Zeit einen Skiff gehört. Irgendwo da oben ist er bestimmt. Oder ist er irgendwo da drunter? Wie viel habe ich denn jetzt? Drei fehlen wir noch. Ja, jetzt. Ich denke, ich bin nach rechts gegangen. Ich glaube nicht, ne? Was? Oh, okay. Das war der optionale Weg, oder wie? Warte mal, lass mich nochmal zurück. Hey, ich weiß, meine Leute. Ja, ich habe einen optionalen Weg erst mal gewunden ab. Aber ich höre hier irgendwo, das Skiffers muss ja irgendwo eine Möglichkeit sein, den zu erreichen. Da und es dauert. Komm schon wieder unten hin. Halt da. Verdammt. Okay, soll wahrscheinlich aber auch nicht so sein. Stimmt irgendwo da unten, ne? Welche wahrscheinlich irgendwann hin kommen. Ja. Aber falsche. Falsche Taste. So, jetzt. So, wo komme ich jetzt? Zeige er mir den Weg. Leck mich ab. Oh, hi. Okay. What word from the witches? Um, something about red hordes, swarms and swarms of dragons and some sort of ghost soldier. No! Phantom soldier. Huh? That's correct. Verily. You may enter. Thanks, Dorgai. Must be short-staffed. Okay. das ist eine wand dran ich konnte ja es gibt irgendwo hier sein ja wo bist du erzog ich höre dich klar und deutsch da bist du ein daten pack und ein skiff und ein paar trugen ich habe schon wieder keine lust ich die nervigsten gegner überhaupt ich frage jetzt aber echt noch wie ich an diesen worten dann komme wo dingens hier wo diese steine waren die ich kaputt machen konnte ich da wo bin ich jetzt dann sagen wir jetzt nicht da war noch für ein bisschen geld ach jetzt bin ich wieder am anfang okay im dünn 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 das war gut gucken dann macht es immer noch in uns fehlen zwei trugen sehr gut das war auch bald am ende level hier sein also eine pferde fest es war alles einsammeln jetzt noch mal hier das ist nichts okay man muss ja gucken was müssen es gibt jetzt und dann kann egal der kommt schon wieder was ja das ist doch sehr nett so aber ich wollte ja nicht da irgendwie da runter gefallen wollte ich aber nicht genau da kann man jetzt auch weiter irgendwie hier ist ein checkpoint warum ich mich die ganzen checkpoints weiß ich noch nie ob ich irgendwo richtig falsch bin weil der feil sagt man geht da oben also was denn jetzt bin ich wo ist dies was da war ich doch schon von da bin ich willkommen war jetzt die steine da weg oder was warum sollten die jetzt warum sollte ich mir jetzt noch mal jetzt zurückgehen wollen alter hat spiel macht mich fertig einmal ist ganz am anfang oder wo kommst du her ist mir auch egal da ist das habe ich irgendwie parker oder irgendwie so weiß ich aber hier war ich auch war ich doch schon mal warum kann ich jetzt hier mal zurück irgendwie ihr flüchten wieder im ende oder so weiß ich nicht also hat gefühl ich muss flüchten ja wahrscheinlich bei diesem tag lang wie ich ja aus diesem albtraum okay ist jetzt kein grund warum jetzt die ganzen fahrer geöffnet worden sind ich hoffe ich habe bis jetzt noch keine trug verpasst der volk ich hoffe ich habe bis jetzt noch keine trug verpasst der volk was okay geh weg ja jetzt möchte ich noch mal gucken was da oben war ja da war aber glaube ich nichts auch 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 ich hoffe wenn ich wieder gemacht der sein schild immer noch weg das wäre richtig nervig jetzt nämlich da kann ich doch bestimmt hoch ich habe keine ausdauern verdammt dann ist das dann schild natürlich wieder einfach von da wie konntest du ich habe noch nie so hartnäckige gegner gesehen in diesem spiel ganz ehrlich ja folgen eigentlich die halbe level aber wenn ich mein ding ansetzen würde da guckt euch das an tschüss hey so doof gemacht die gegner so ein gegner wie man machen der irgendwie besiegbar ist es irgendwie so glückssache ob man die besiegt oder nicht das weiß nie irgendwie richtig positioniert so 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 oh oh skip wo ist er der war noch nicht woops wo 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 da bestimmt da ist die truhe die letzte letzte oder vorletzte glaube ich weiß ich nicht ich ich komme darauf zurück da sie es sieht nach sehr groß wie ich aus ja bleib du ruhig im winter und nichts dagegen der hätte mich wahrscheinlich voll jetzt auf hoch zu klettern ne bin ich gut dekoration muss ja auch sein ne das ist ja nicht unbedingt gegen mich kämpfen steht wahrscheinlich nur da und sie ist gut aus da 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 ist das letztes gibt bei järz wo habe ich jetzt das kostüm schon das das ist das ist schon freigeschaltet ja ich habe nicht mehr rumlaufen das haben wir bei dem standard auch hübsch aus wo ist jetzt aber die oh oh gott ich bin mir ziemlich sicher das ist wie ich das finden anderen spiel musik ja kommt mir auch irgendwie bekannt vor ja aus dem comic vielleicht sogar spielbasiert hätte ich auch ein comic keine ahnung irgendwie sowas was okay ich wollte schon sagen ich muss irgendwie von den flüchten und wieder zum anfang rennen oder irgendwie sowas irgendwo in die ganzen wege wieder aufgemacht irgendwie sowas also ich erstmal fest ich muss das einsameln hier bei er ist auch rot ma ich habe mich am meisten brauche ich doch ich gehe nach hause tschüss da habe ich jetzt an der einen truhe ran ne da war doch noch eine ich habe eine schon gesehen das ist ein bisschen blöd sich um zu schauen wenn die ganze zeit irgendwelche wie ich erwarte mal ja genau von mir kommt man die ja sehen dann kann ich ja sehen wo ich dahin muss ja ja okay das ist irgendwie oben dann links einfach ich sage ich jetzt direkt drüber sein also das ist irgendwie ein teleporter und irgendwie sowas wo ich da nicht ran kann war und dann muss ich lange gehen wir aus dem weg also wenn ich hoch hätte aber es soll er sein ne noch höher ein kletter doch was nein boah hey das gibt es doch nicht das glaube ich jetzt einfach nicht so nein lass mich mal in ruhe obwohl ich eigentlich ruhe aber trotzdem warum hältst du dich nicht direkt auf dem fest nein boah boah ihr boah die spezialteile kann ich lieber nicht auf will vielleicht hier schon zum dritten mal hoch irgendwie so jetzt bitte klapp warum kann ich mich da nicht festhalten boah da jetzt warte boah so jetzt müsste ich hier wuff das gibt es doch nicht nein da oben irgendwie da muss ich da irgendwie nach links kommen da 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 irgendwie weiß ich nicht wofür fehlen wir noch zwei Truhen und einen Datenpack ok messen wir wenn die in eine Truhe wäre also das Datenpack da bin sehr geil wir haben schon mehr 22 minuten manchmal hier im schnitt und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play blade kitten ich blande mich alle herzlich für die Zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge tschüss bis zur nächsten folge tschüss bis zur nächsten folge